und jetzt kommt da ein punkt da denke ich das hilft vielleicht auch den menschen weiter die auch in dem fitnessbereich oder bei deinen followern eventuell etwas klarheit bringt warum ist dieses shaolin kung fu dieses training des kämpfens auf derselben seite so eng mit diesem mönchsein in diesem leben wie ein mönch wieso passt das so gut zusammen ist ganz einfach wenn du etwas an dir entwickeln willst sei es körperlich sei es geistig du willst eine neue sprache lernen du willst eine neue übung lernen du willst eine neue bewegung lernen am allerschnellsten und am effizientesten geht das wenn du dich für eine bestimmte zeit nur auf eine sache konzentriert bedeutet also wenn ich in meinem trainingszyklus drin bin wenn ich eine neue form erlerne wenn ich eine neue methode erlerne wenn ich eine neue praxis ausprobiere bedeutet das für mich ich fange meinen trainingszyklus an je nachdem welcher art und weise von trainingsmethode das ist dementsprechend gestaltet sich die dauer dieses zyklus ist wenn du etwas an deiner an deiner haut ändern willst okay die haut die liegt sehr weit außen an am körper bedeutet das ist eigentlich relativ einfach auswirkungen auf deine haut zu nehmen zum beispiel die praxis wäre 30 tage lang jeden tag ein cremen 30 tage lang jeden tag ein cremen dann würdest du also bezogen auf die haut nach 30 tagen schon resultate sehen wenn du jetzt sagst okay ich will etwas an meiner muskulatur ändern die muskulatur liegt tiefer als die haut da reichen 30 tage training nicht also sagte dir mein trainingszyklus wird jetzt 90 tage drei monate wenn du sagst okay ich will jetzt noch tiefer und zwar ich will etwas an meiner struktur an meinem skelett verändern dann reichen auch 90 tage nicht dann wird der zyklus teilweise 365 tage oder drei jahre 1000 tage und was machst du während dieses trainingszyklus ist du versuchst alle störeinflüsse die du gegebenenfalls im alltag hast zu minimieren bedeutet was ist ein störeinfluss wenn du zu oft aufs handy guckst störeinfluss wenn du zu viel fernsehen guckst störeinfluss wenn du raus störeinfluss wenn du alkohol trinkst zu viel störeinfluss wenn du eine beziehung führst störeinfluss nicht schlecht störeinfluss damit du effizient deinen trainingszyklus durchziehen kannst du und das bedeutet wenn ich trainiere mache ich genau diese eine sache und enthalte mich von allem anderen und dieser zyklus eben ist das in welcher art und weise es absolut sinn macht wenn man die mensch die verhaltensweisen des mönchseins einhält warum das zölibat damit du deine samenflüssigkeit behält wieso solltest du die samenflüssigkeit erhalten warum so was für mich am meisten sinn ergibt ist folgendes diese flüssigkeit enthält das potenzial leben zu erschaffen der samen enthält das potenzial zusammen mit der eizelle leben zu erschaffen deswegen sagt man eben da ist sehr viel potenzial sehr viel energie vorhanden in dieser in dieser sagen wir einerseits flüssigkeit oder eben in dieser energie die energie die zwischen mann und frau entstehen kann da ist sehr viel energie vorhanden so statt diese energie jetzt aber eben rauszuschießen behältst du es für dich behältst du es für dich und suchst nach wegen wie kannst du diese energie diesen drive weil das ist was es ist wenn du nicht aufpasst wird dieser drive zum sex drive aber was ist da ist dieser drive dabei das feuer wenn du lernst dieses feuer aber jetzt eben zu nutzen um es für das zu verwenden was du an dir aufbauen willst dann ist es so wie du nutzt die kraft des lebens was leben erschaffen kann aber jetzt nicht geben um ein leben zu erschaffen sondern um etwas an deinem eigenen körper wieder neu zu kreieren und das ist eben diese art und weise warum diese geschichte herkommt dieses dieses diese enthaltsamkeit ich finde das ich finde ich finde das sehr interessant also bei mir ist das ich glaube viele junge leute hatten dieses problem jetzt vor allem dadurch dass du mit handys so pornografie massen verfügbar hast ist es ja so dass du teilweise auch so sage ich mal im kampf um die aufmerksamkeit du gehst auf instagram oder irgendwo auf social media und du wirst du hast immer mehr diesen content der dich sage ich mal ablenken würde das würde störeinfluss nennen und dann gewöhnt man sich vielleicht auch dran weil es nicht mehr dieses tabu ist ich muss jetzt irgendwo hingehen und mir schmodder magazine beim kiosk kaufen sondern ich habe es für immer verfügbar die ganze zeit auf meinem handy es ist anonym keiner kriegt mit und ich kann diese sache die sich in diesem augenblick vielleicht schön anfühlt oder diese illusion von liebe nähe und was auch immer kann ich ausleben was dich dann aber auf dauer leer macht deswegen hat man ja diese riesengroßen no fat bewegungen und co wo viele leute sagen ey das tut mir nicht gut das ist eine riesenzeitverschwendung und ich könnte ja diese energie anders nutzen wie würdest du ich glaube dass das eine der süchte ist die leute den die den leuten am allerschwersten fällt abzulegen aber wenn ich beispielsweise süchtig bin nach zigaretten dann schmeiße ich mein feuerzeug weg ich schmeiße meine zigaretten weg und auf dem weg zum zigaretten automaten wird die klarheit wieder kommen aber dein handy kannst du nicht wegschmeißen so wirklich oder zumindest in diesem glauben leben wir ich meine du hast auch eins und jetzt frage ich mich wie das bei dir ist weil du bist a älter und b du hast es ja auch also du bist ja auch nur ein mensch und du wirst ja auch eine frau als schön wahrnehmen und nicht so wie vielleicht viele leute denken okay der hat in sich irgendwie alles perfekt unter kontrolle und das alles in sich getötet wie würdest du jetzt jemandem sagen wie kriegst du das unter kontrolle dieser begriff unter kontrolle bringen ich nutze in meinem sprach sprach gebrauch eher weniger weil etwas unter kontrolle bringen allein diese art der weise der wortwahl bedeutet du kontrollierst etwas solange du etwas kontrollierst liegt das kontrollierte außerhalb von dir beziehungsweise da ist eine trennung vorhanden was ich gerne einfach sinnbildlich nutze ist zu sagen ich lerne etwas zu adjustieren weil adjustieren bedeutet dass es ein bestandteil von dir ist dass du eben nur anpasst du hast jetzt beispielsweise die antworten alle schon gegeben du weißt ja ganz genau was zu tun ist handy weglegen zigaretten weglegen gar keine zigaretten mehr kaufen dich davon fernhalten dass mir die antworten woran es momentan aber mangelt ist dass du selbst es schaffst mit deinem eigenen willen es in die tat umzusetzen ja das heißt woran mangelt es dann bei so einer person wir nennen das jetzt als sogenannte selbstdisziplin die eigendisziplin fehlt im moment noch aber es ist notwendig dass diese dinge eingehalten werden willst du weg kommen vom rauchen was bedeutet das alles was den rauch verursacht muss du musst fern bleiben davon da gibt es keine alternative davon ja das heißt wir wissen den weg ganz genau und jetzt ist eben die frage und wie lässt sich dieser weg umsetzen selbstdisziplin ist nicht vorhanden bedeutet dich damit alleine lassen geht nicht klappt nicht so und deswegen sagen wir eben dafür gibt es manchmal sogenannte externe strukturen externe strukturen wie das militär externe strukturen wie unser kloster weil wenn du dort hinkommst ist eben die regel wenn du bei uns bleiben willst für eine woche handy abgeben rauchen ja ist zwar dir überlassen aber wenn du rauchen willst du fern fern weg vom kloster warum weil wir im wald liegen und im wald ist rauchverbot ja also jedes mal wenn du rauchen willst dass erst mal drei kilometer laufen gut so und das bedeutet es ist dann notwendig dass du eventuell einen coach hast eine person an deiner seite hast die dir diese externe struktur die dir diese externe disziplin eben manchmal gibt und das kann in sehr vielen fällen manchmal eine vater figur sein ja das heißt einen vater zu haben mit einem vater aufgewachsen sein denke ich ist schon eine wichtige rolle genau das heißt es ist es fängt mit der externen strukturen und je länger du dich dann innerhalb dieser externen struktur befindest eventuell springt dann irgendwann der funke über und du fängst an selbst für diese diese disziplin sorgen zu können so und das ist eben der grund warum letztendlich muss alles von dir alleine kommen weil wenn du dich nur innerhalb des klosters an die riegeln hältst und dann raus gehst in die welt und dann sozusagen über die stränge schlägst dass sie irgendwas nicht gelernt du wirst über noch nicht zurückkommen so und das ist eben die sache es geht immer um selbsterkenntnis wenn du für dich selbst nicht erkannt hast ob etwas ob etwas gut für dich ist ob etwas schlecht für dich ist ob etwas für dich dienlich ist ob etwas für dich nicht dienlich ist das ist das worum es geht wenn wir darum sprechen erfahrung zu sammeln damit du die eigene erfahrung und deinen eigenen deine eigene weisheit entwickelst selbst irgendwann entscheiden zu können und zu bemerken befindest du dich auf einem weg den du tatsächlich so willst oder befindest du dich auf ihr weg